Sakrale Schätze auf der Via Sacra in Kamenz. Eine neue 25 Seiten starke hochwertige Broschüre ist jetzt von der Stadtverwaltung herausgegeben worden. Sie leitet zu insgesamt 12 Punkten, an denen die alten Schätze in der Lessingstadt zu sehen sind. Das Heft ist in einer Auflage von 15.000 Exemplaren erschienen und kostenlos in der Stadtinformation Kamenz erhältlich.